Kürzlich hieß es, Let's Dance-Tänzerin Ekaterina Leonova und Ex-Tanzpartner Timon Krause hätten sich getrennt. Jetzt die Überraschung. Die große Let's Dance Tour 2023 hat begonnen. Am 7. November startete das Spektakel in Riesa. Heute, am Donnerstag, den 9. November schwingen die Profitänzer, Innen- und Promis in Leipzig ihr Tanzbein. Auch die ersten Fotos der Tour sind nun im Netz zu finden, unter anderem auf dem Instagram-Account von Let's Dance, Liebling Ekaterina Leonova. Am Mittwoch präsentierte die gebürtige Russin nach der Auftaktshow erste Schnappschüsse. Juhu, die große Let's Dance Tour hat gestartet und die Premiere war einfach mega. Dazu habe ich endlich mal wieder die neuen Fotos, die ich euch zeigen kann, so die 36-Jährige. Auf besagten Bildern, die sie dazu teilte, posiert Ekater in einem aufregenden weißen Glitzerkleid mit vielen Aussparungen, die viel nackte Haut hervorblitzen lassen. Ihr seht mich sonst immer ungeschminkt vor dem Spiegel. Jetzt gebe ich euch etwas für die Augen, so die Tänzerin stolz. Ekaterina Leonova postet erste Fotos der Let's Dance Tour 2023, Timon Krause reagiert sofort. Besonders aufregend ist Foto Nummer 2, auf dem der schöne Tanzprofi vor einer roten Wand posiert. Die langen Beine, der durchtrainierte Bauch und das Dekolleté, alles ist gekonnt in Szene gesetzt. Ekaterin, du bist Bombe, die Fotos sind absolut umwerfend, oder, du siehst mega aus, heißt es in den Kommentaren. Doch etwas anderes sticht viel mehr ins Auge, denn, ein alter Bekannter hat Ekaterina Leonova ein Like dagelassen. Ihr ahnt es bereits, es ist ihr vermeintlicher Ex-Freund Timon Krause. Nun könnte man ein Like auf Instagram zwar als Nichtigkeit abtun, doch ein ehemaliger Partner oder Geliebter, von dem man sich erst kürzlich getrennt hat, würde wohl kaum seine virtuelle Bewunderung für so heiße Schnappschüsse da lassen. Im digitalen Zeitalter kann die kleine Geste viel eher als regelrechtes Statement verstanden werden. Sind Ekaterina Leonova und Timon Krause doch noch ein Paar? Dass die Let's Dance Tour nun läuft, ohne Timon Krause, dafür aber mit Ekaterina Leonova, könnte den Mentalisten an die schöne gemeinsame Zeit zwischen Februar und Mai dieses Jahres erinnert haben. Hier sollen sich Ekater und Timon ineinander verliebt haben. Bestätigten die Beziehungsgerüchte aber genauso wenig wie die Trennungsspekulationen. Wer weiß, vielleicht sind die beiden ja doch noch ein Paar, oder mittlerweile wirklich gute Freunde. Wir sind gespannt, wie es zwischen Ekaterina Leonova und Timon Krause weitergeht. Der Monat driftelt. Der Monat une